happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag und herzlich willkommen bei rettokendel ich spiele heute free fire max es geht wieder habe da lange daran gesessen habe noch mal runtergeschmissen wieder hochgeladen es ging immer noch nicht und da ich mir einfach mal so gedacht ich mache mal die einstellungen von meinem bluestack browser browser bluestack emulator noch mal neu haben wir da ist immer durch angeschaut gehabt und es geht es endlich als was die einstellung war es also nicht das spiel das nicht gegen sondern die einstellung von meinem bluestack die waren irgendwie so langsam gewesen dass das spiel nicht hochgeladen werden konnte weil er hätte mal hochgeladen und dann abgebrochen weil wir geschlossen da hat er wieder hochgeladen und da hat er wieder auf angeschlossen und jetzt habe ich halt alles höher gedreht vorher hatte ich nur zwei kerne jetzt habe ich alle vier kerne eingeschaltet ich habe jetzt die fps auf 250 hoch gedreht die ist jetzt hier auf 150 normalerweise voll nur auf 60 und noch solche kleine sachen eingestellt vielleicht läuft sie jetzt flüssiger schauen wir mal ich spielst du erst bitte royal und danach CS viel spaß ok da sind wir schon beim flugzeug überlegen wie war es alles hier ok wir springen wir nach rechts richtung blau werden aber nur die sachen einsammeln werden nur die sachen einsammeln die auch der computer mir anzeigt weil nicht die sachen sondern den haufen das sieht schon mal sehr gut aus ach so die qualität habe ich auch auf hoch gestellt von meinem von dem browser das qualität hoch sein soll also ich habe eigentlich alles hoch gedreht nur in dem spiel jetzt nicht ok ich glaube wenn ich da hinlaufe muss ich ein paar sachen einsammeln wo ich nicht zum beispiel ok sollen wir jetzt hinlaufen nach da unten warum sagst du nicht erst da unten bleibt jetzt sagt er wieder nach oben kannst du dich machen entscheiden ok schon mal eine waffe und jetzt mal mit oh schön muss sie nicht runter das ist gut AG munition brauche ich nicht da ist einer vor mir war ich da nicht schon drinnen ach nee als müsste wieder mit also bis aber bei es ist Weil ich bin hast du nicht das oder ich bin , wenn es noch customized ich bin , ich bin da jetzt rein noch einen runter auch wie ein bisschen schief oder wieder hoch wie soll ich denn da vorbeikommen gleich ok es geht kriege ich irgendwann mal eine neue waffe noch was eigentlich habe ich ja jetzt alles dann werden wir mal jetzt loslaufen zum gegner hin ok darf ich einsammeln. Oh, da sind Pilze. Was ist das? Ich sammle das mal ein. Ah, ok. Kenn ich nicht. Neu. Oder auch nicht. Aber Pilze will ich nicht. Er hat gesagt, irgendwo ist was da oben drin. Eigentlich, ja, kann man machen. Kann man machen. War gerade die Nachricht, dass ich was einsammeln soll? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Wie war das jetzt nochmal? Also mit denen habe ich eingekillt. Fehlt jetzt noch diese Waffe. Na ja, komm her. Komm her. Komm her. Okay. Jetzt haben wir alle Kills einmal durch. Wo liegt die Leiche? Da war die. Finale Kampf? Wo ist der finale Kampf hin? Oder heißt das, äh, ich hab die meisten Kills. Dome, ein Spieler. Das sehe ich, weil die Truhe da ein bisschen eingenommen worden ist und die KI kann die Truhe nicht nehmen. Das einsammeln. Das ist das, äh, ich hab die Truhe nicht. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich wusste gerade nicht, dass das der letzte ist. Oh gut. Ist gut, gut, ist gut. Aber ich hab den Spieler irgendwie verpasst, äh, vermisst. Entweder hab ich den schon gekillt oder die KI hat ihn gekillt. Naja, ich sag mal dann. 12 Kills. 1900 Damage, okay. Hier, 129. 11 Minuten und 21 Sekunden. Gut, dann sag ich mal bis gleich. Nächste Runde. Okay, los geht es. Ich will wie immer Rüstung, Pilz und das war es erstmal. UPS, äh, UPS, USB. Ja, ich bekomme ein Paket hier, deswegen UPS. Okay, los gehts. Die Gucht. Die Gucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich war mal nicht der beste nein 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 ok wieder alles ausgerüstet hier ist ein pilz für leute die einen pilz futtern wollen oh eine handwaffe schade ja wenn ich wieder hat schon oder ich stehe bestimmt gleich wieder oben da oben war glaube ich schon einer gerade first blood ok dann schießt der andere kann ich dann wohl das hier mal schnappen Oh, nice, nice, nice. Okay, he comes out of the way. Oh, I was the best. Airdrop. Okay, dokey, will wir nehmen? Yes, KS mag ich. Aber nicht hier bei Dingens. Oh, warte mal. Wut, wut, ah, misst, ah, okay. Airdrop. Airdrop. Wut, wut, wut. Okay, nice. Das war anstrengend. So, okay, was wollte ich gerade machen? Der Airdrop. Ähm, ich möchte einmal den holen. Dann möchte ich mir zweimal das hier holen. Dreimal das. Das war es auch schon. Ach, genau. So. Hat ich wohl nicht die SKS gekauft? Habe ich sie weggeschmissen? Ich trottel. Ich dachte, ich hätte die SKS gekauft. Lass mal die mal kämpfen. Ich passe hier beim Drachen ab. Ich wollte nur unter dem Drachen stehen. Weil wenn man so die ganz jungen Leute sieht, die das spielen wollen, die rennen immer dahin normalerweise. Ich renne mir nach, komm, ich renne mal zum Drachen. Schauen, ob da vielleicht einer kommt? Aber nee, kam keiner. Gut, ich hoffe, die Aufnahme war soweit okay. Ähm, mit der Einstellung, alles schneller. Ah, jetzt 200. So viele Bilder in einer Sekunde. Aber was wird sie hier auch filmen? Ist ja nur die Maus hier jetzt. Und das Blinken. Egal. Das ist schon alles. Es lief. Alles gut. Dann würde ich sagen, morgen auch noch mal FF und Freitag kann ich kein Livestreaming machen. Und den Freitag danach kann ich auch kein Livestreaming schon mal machen. An den nächsten zwei Freitag auch mal wieder kein Livestreaming. Entschuldigung. Gut, dann würde ich mal sagen, bis morgen, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Dann! Dann! Wow! Untertitelung des ZDF, 2020